Paul auf dem Balkon. So, endlich ist das Paket für Paul angekommen mit seinem Diätfutter. Zwei Wochen war das unterwegs. Also man musste direkt dankbar sein, dass es nicht geklaut wurde. Mann, zumindest der größte Teil. Da habe ich gewartet, ist sehr wichtig. Jetzt weg, erstmal in Ruhe alles auspacken. Dann geht's weiter. Ja, Paul, dein Futter ist angekommen. So, das sind alle vier Diabetes. Einmal Lachs und einmal Huhn. Und das hier ist Trockenfutter. Das sind immer, was ich in der Labyrinthe reinmache. Haha, der Paul ist da. Die Neugier hat gesiegt, wa? So, das ist nur eine Büchse. Das ist Probe. Das ist aber alles reines Fleisch. Das ist kein Skizeug mit drin. Nix. Das kenne ich noch nicht. Das habe ich mal so bestellt. Das sind so eine kleinen Häppchen. 50 Gramm. Das ist mal was für zwischendurch. Und das ist so eine Art Katzen-Pudding. Da hat er schon mal was bekommen. Und das hat ihn ganz gut geschmeckt. Ja, Herr Paule. Gibt gleich was. So, das kann ich nur empfehlen. Das ist sehr gut. Hat mal eins rausgemacht. Das ist reines Fleisch. Ohne Zutaten. Kommt er zwischendurch mal so als Snack. Herr Paule. Haben wir wieder viel ausgegeben, nicht? Möchte ich mich bei der Susanne recht herzlich bedanken. Die hattet ihr alle gesponsert. Teurer Kater. So, ich habe das mal hier ausgepackt. In so eine kleinen 50 Gramm Büchse. Alles Natur. Also nix von Aldi. Und das ist so ein Pudding. Das frisst da ja einer. Schale sind 85 Gramm Büchse. Weniger wäre mir lieber. Aber das ist gut. Da kann er ja gleich mal was haben. Bei Paule. Und das hier sieht auch ganz gut aus. Hat er auch schon mal gegessen. Das sind kleine 50 Gramm Beutel. Und wo steht der? Da ist er. 50 Gramm. Das ist ja Thunfisch mit Krebsfleisch. Also wie gesagt, das ist gute Nahrung. War Paule? So, werden wir mal ein Video zusammenbauen. Ausatmen. Die Paule.